Herzlich willkommen beim YouTube Gewinnspiel und zwar für den Renntag am Sonntag, den 11. September. Wir suchen die Sieger vom ersten, vom zweiten und vom dritten Rennen. Postet eure Sieger hier unten in die Kommentarzeile und mit etwas Glück könnt ihr einen 10 Euro Wettgutschein von Trotto.de gewinnen. Viel Erfolg!